Rolf E. Schenker ist ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Leben Schenker nahm ab 1943 Schauspielunterricht und war in den folgenden Jahrzehnten vor allem auf den Bühnen seiner Heimatstadt künstlerisch tätig. Er spielte im St. Pauli Theater zahlreiche Rollen im Bühnenfach des Jugendlichenliebhabers und später Charakterrollen im Ernst-Deutsch-Theater. Weitere Bühnenstation waren das Altonäer-Theater unter Hans Witze, das Hamburger Schauspielhaus, das Ohnsorg-Theater, Bühnen in Bremen und Wilhelmshaven sowie Tourney-Theater. Darüber hinaus wirkte Schenker zwischen 1966 und 1997 in 23 Inszenierungen der Karl May-Festspiele auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg mit. Im Fernsehen war Schenker ein eher seltener Gast. Hier war er beispielsweise in Fernsehserien wie Großstadt-Revier und Aufzeichnungen von Inszenierungen des Ohnsorg-Theaters wie 1994 neben Hildesix, in Nebel im Paradies zu sehen. Einem breiten Publikum ist Schenker vor allem durch seine Stimme bekannt. Er wirkte bei zahlreichen Kinder- und Jugendhörspielen bekannter Label wie Europa, PEG und Teldeck mit WD3, ein Fall für TKKG und fünf Freunde. In fünf Folgen der Asterix-Hörspielbearbeitung verkörperte Schenker in der Nachfolge von Wolfgang Wölz den römischen Imperator Julius Caesar in einer freien Interpretation der Vorlage mit Dialekt-Alem-Einschlag. Hörspiele, 1971, Die letzten Tage von Pompeji Europa, 1971, Die drei Musketiere Europa, 1975, Der Graf von Monte Cristo, PEG, 1976, Flash Gordon, Die Raumfalle 2, Teldeck, 1987, Asterix auf Corsica Europa, 1987, Asterix die große Überfahrt Europa, 1987, Asterix die große Überfahrt Europa, 1987, Asterix die Odyssee Europa, 1989, Asterix der Sohn des Asterix Europa, 1989, Asterix der Sohn des Asterix Europa, 1989, Asterix und Maestrie Europa, 1989, Das Schloss Trio der Jenseits Express Europa, 1989, 1989, Die drei, und das Gold der Wikinger Europa, 1989, Fünf Freunde und die Flugzeugentführer Europa, 1989, Fünf Freunde und die Perlenschmuggler Europa, 2002, Fünf Freunde und der Singende Schrank Europa, 2002, Die drei, der Nebelberg Europa, 2003, Larry Brent Orungus, Frazer aus dem Dschungel Europa, 2009, 2009, Fünf Freunde und der Verhängnisvolle Treibsand Europa, 2009, Fünf Freunde und das Abenteuer im Hundeschlitten Europa, 2009, Honey und Nanny gefangen im Eis Europa, 2010, Die drei, und das versunkene Dorf Europa, 2010, ein Fall für TKKG, das lebende Gemälde Europa.